4 Teigste stehen vor der Tür und somit auch schöne Feste und die erste Frage, die sich stellt, ist, was soll ich als Frau anlegen? Und da habe ich ein Wunderbares Label, auch der Augustinagas34 und die Boutique heisst Romir, oder besser gesagt, das Label heisst Romir. Die Designerin Olga Rohr ist eigentlich eine alte, kann man sagen, Bekannte von mir, wir kennen uns aus unserer Modelszeit damals, heute ist sie grosse Designerin international und in ihrer Boutique Dazerie führt sich exklusiv ganz schöne Kleider für den Alltag, aber spezialisiert vor allem auch auf den Abend und für schöne Abendkleider, die wirklich zu jedem Anlass anlegen kannst. Ich habe noch ein paar ausgesucht und ich fange ein bisschen schlichter an und steigere mich von Kleid zu Kleid. Das Bajetekleid ist eigentlich so ein Garant, da hast du immer einen tollen Auftritt. Von Romir, das Bajetekleid ist ganz speziell, weil es ist erstens mal leicht, super bequem, wenn jemand will, aber auch hat das Trägerli, das man sonst dazutragen kann, es kratzt nicht, vor allem meistens Bajet, da bist du wund am Abend, das ist wirklich sehr, sehr leicht und es ist luftig, wenn man sich bewegen tut, es passiert etwas, also ein doppelter Auftritt. Finde ich ein wunderbares, das kleine Schwarze kann man sagen, à la Romir. Spitze ist gross im Trend, da wunderschön ersichtlich, vor allem im Kontrast drin. Auf der Seite Chiffon, und zwar appliziert der Chiffon wunderschön. Das Kleid ist so komfortabel, also da kannst du wirklich, nebst einem super Auftritt fühlst du dich auch bei jeder Party pudelwohl. In diese Kreation habe ich mich schlichtweg verliebt. Ein wunderschönes Kleid, das lebt durch die Schlichtheit an sich. Auf den ersten Blick, wenn man das nicht meinen, wenn man es anhat, ist es wahnsinns Komfort. Sehr bequem, es passt sich auch schön am Körper an. Die Spitze ist ein Traum, es ist leicht und ich finde, es ist sehr, sehr feminin. Ein Kleid, das für Furore sorgt und für den grossen Auftritt, das Modell. Und zwar ist es aus Rohseiden, fällt wunderschön. Und vor allem auch, dass Organza, die Blätter aus Organza, die natürlich sehr Feminalität hervorheben. Das Kleid hat sogar einen Preis gewonnen, nicht minder. Und zwar beim Proming Shopping Queen ist das das Kleid, das den ersten Preis gewonnen hat. Also auf jeden Fall, wenn Sie punkten wollen, dann sind Sie ganz richtig mit dem Kleid dabei. Für die mutige Frau wäre das Kleid genau das Richtige. Also da braucht es einfach eine gute Haltung, meine Damen. Schön gerade hinzuschauen, Schultern zurück, brauche ich gezogen. Aber der Effekt ist ja frappant, also wunderschön. Es ist sehr, sehr figurbetont, also wirklich extrem feminin. Und man fühlt sich auch sehr, sehr wohl. Was man, wenn man auf die Nummer auch sicher will gehen, man kann die Hetzter rein tun oder eben so Kleber auf der Seite, dass wirklich die Brust sich nicht bewegen tut. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Die ganze Neck ist auch darunter, der rote Voila. Da würde sogar an die rote Nägel dazu besser passen. Auch bei den Füssen. Aber ganz neckisch finde ich ganz spezielles Kleid. Und nach wie vor ein super Komfort. Aber mein Grab muss gerade hinstellen. Ich falle fast nicht auf in diesem Kleid. Nein, traumhaft. Und Siden und Moer, er fällt auf. Aber er hat wahnsinnig schöne Eigenschaften. Zum einen ist er sehr, sehr leicht. Ich repetiere mich immer wieder, aber das ist so. Und das andere ist sehr einfach zum Anlegen. Wirklich wie einen Bademantel. Knöpfchen zuzuschliessen und schon ist das Zauber da. Jedes Kleid ist ein Bijou an sich. Und deshalb aber nicht unbezahlbar. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und ein paar Kleider anzuprobieren. Ich bin überzeugt, sie werden fündig werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.